ja leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft ja wir in der letzten folge gesehen habt habe ich hier die fenster gebaut ok spinne ja so sieht das jetzt aus das haus zumindest hier sind die diese türe da wollte ich mir ja noch was einfallen lassen ich mache erst mal das hier alles weg so moment kurz ich überlege mal ganz kurz eventuell da rein machen können na erst mal war ich das hier weg alles na geh doch weg hallo geh doch weg so jetzt ich gucke mal was wir hier so zur auswahl haben so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, kann ich da auch lesen. So, das hier kann dann weg. Um... So, das hier... 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 So... So, das hier... So... sieht gut aus kommt jetzt wieder ist gerade mein handy gegangen dieser baum hier der stört mich ein bisschen egal mache später jetzt hängen da auch banners ich habe mich gerade verklickt die ganze zeit so bed erstmal nimm mal ein pinkes bed so ein kleines dingen sind doch hier so bücherregal hin was dekoration die man eigentlich nicht verwenden kann ich weiß gar nicht hatte damals mal so eine so eine dingens gebaut weiß ehrlich gesagt das war nicht so niemals wie hat man das nochmal gemacht ich weiß es schon gar nicht mehr ich weiß nicht mehr Mal gucken. Doch, ich hoffe, ich habe es wieder. Ähm, Dekoration. Was denn hier? Nein. Nein. Bin ich jetzt vollkommen blöd? Nein. Ähm. Das ging doch irgendwie. Wie? Wie sieht das denn aus, wenn ich das hier nehme? Ist das hier schön so dahinter? Wow. Nee. Sieht auch nicht aus. Was hat man dafür nochmal benutzt? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe hier sowas, oder? Ja, aber... Hm. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, was es jetzt ist, ne? Das ist... Okay, dann machen wir dann anders. Hm. 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 Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Decke anfängt zu brennen. Und... Da habe ich ja gerade überlegt... Ähm... Ich baue es doch anders. Aber wie? Mann, wie soll ich so einen Stuhl bauen? Wie ging das nochmal, ey? Ich habe da echt null Ahnung mehr von. Ich habe da echt null Ahnung mehr von. Ah ja, okay. Ich habe es jetzt wieder. Glaube ich. Ich hatte nämlich eine ganz edle Treppe. Soll ja schön sein. Ich habe es ja noch irgendwie... Das hier, 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 das hier... ... необiscal. genau dann kam da ich glaube da hat man dann immer so ein sound dahin gesetzt weiß nicht das gefällt mir nicht so wirklich ich lasse es erstmal so 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 So, okay. Okay. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Sache. Und zwar Dekoration. Spender, okay. Beobachter. Den muss ich mal angucken. Okay. Wie kann ich ihn verwenden? Geht nicht. Okay. Bringt nix. Ja, dann gucken wir als nächstes Mal. Genau hier. Räucherofen, Fass, Webstuhl, Kartentisch. Tischbogentisch. Ja. Schmelzofen. Den habe ich auch noch nicht. Was ist das? Schmiedetisch. Kreissäger. Kreissäger. Okay. 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 lol räucherofen okay das kann man hier machen gar nichts okay also ja so hier sind dann meine das soll dann halt so eine kleine arbeitsfläche sein hier ist das hier ist der das könnte man hierhin machen genau hier brauchst du dann hmm hier leute das war es auch schon wieder mit dieser folge hier ihr habt jetzt gesehen wie ich hier unten zum teil alles eingerichtet habe eventuell falls ihr mal vorschläge habt was ich hier noch mehr rein machen kann oder eventuell was ich abreißen soll oder verbessern soll schreibt es gerne in die kommentare rein ich freue mich auf jeden fall sehr drüber und als nächstes gucken wir dann was wir hier oben auf jeden fall bauen weil hier oben muss auch was hin und mir ist noch nichts eingefallen falls euch dazu auch was einfällt könnt ihr es auch gerne in die kommentare schreiben das war's an dieser stelle bis zum nächsten mal